wisst ihr was schlimm ist es ist trotzdem einfach 10 leute a 500 euro 5000 euro sind das ist bodenlos wir schauen uns zum start für heute schauen wir uns das neue video an von torben platzer und zwar ich habe das neue business coaching von prinz marcus getestet wir werden sehen ob torben hier nach dem video rausgeht mit dem satz ich bin reich oder oder vielleicht kommt ja auch ich bin arm wir werden sehen ich wusste nicht mal dass der überhaupt so was vertreibt zum business coaching aber war ja natürlich klar das macht ja gefühlt jeder 08 15 reiche in anführungszeichen und ja wir gehen rein let's go ich habe das neue business coaching von kein geringeren als prinz marcus gekauft wenn ich schon sehe belastend aber wenig wenigstens wird mal gezeigt voraussetzung man braucht startkapital nicht so wie diese ganzen anderen kecks die sagen so man braucht kein startkapital aber du musst erst mal nen saftig knapp den kurs für 17.000 euro aber weil du es bist 4099 und man zeige euch in diesem selbstex was genau dahinter steckt welche methoden gelehrt werden damit ich hoffentlich irgendwann sagen kann ich bin reich geil ich liebe es dieses meme ist geil einfach geil und ich auf alles diesen 600.000 euro rolls royce habe ich in einem monat verdient und wenn du wissen willst wie das geht schreibt mir eine nachricht ich zeig's dir gesagt getan nachdem ihr uns mit seinen aktuellen instagram stories regelrecht bombardiert habt in denen es heißt man bräuchte ja nur 500 bis 1000 euro zum investieren ich wurde dann in eine whatsapp broadcast gruppe eingeladen und mit dieser voice in der prinz marcus community willkommen geheißen hey leute weil ich sehr sehr viele anfragen bekommen habe bitte ich heute noch mal 50 neue plätze an für diejenigen die eng ganz eng mit mir zusammenarbeiten möchten um mein erfolgreiches geschäftsmodell zu kopieren und viel geld mit mir zu verdienen sehr viel geld also je mehr fleiß umso mehr geld ich freue mich auf die neuen teilnehmer spannungsbogen ist auf jeden fall da heute 20 jawoll die frage ist werden so geil das ist einfach einer einer hat betende hände als emoji drauf geschickt und einen mittelfinger das ist geil lieben wir ich hoffe ich hoffe dass wir natürlich das torben ein der 50 leute war weil das ist ja hier knapp also das ist da muss man schon glücker 30 uhr gibt es den link für weitere 50 glückliche und wie ihr seht verdient der sebastian schon einiges an provisionen tatsächlich ist es aber nicht das erste online produkt was vermarktet wird denn es gab sogar schon den crypto prinzen für 97 euro im monat hat man einblicke in seine crypto investments bekommen was anscheinend nicht ganz so gut funktioniert irgendwie ich mir werde es irgendwie hart peinlich auf der einen seite irgendwie zuzugeben dass ich mich da eingekauft habe also nimmt mir nicht übel aber prinz markus ist jetzt nicht gerade der vertrauens würdigste was investments angeht jeder weiß wie er sein geld verdient hat und ja jetzt ja kriegt man dann nicht mehr so viel mit und webtipps die laut dem testimonial zumindest mario basler für eine sehr die frage ist wissen die davon dass sie auf dieser seite als testimonials genutzt werden also mario basler und kevin großkreuz ich wollte auf jeden fall selber mir mal einholen weil man aus 50 euro hier wohl 80 machen kann aber in telegram kam da irgendwie nix ansonsten hat der adoptierte prinz der mit vollen namen übrigens markus frank adolf ebert heißt in letzter zeit eher mit tierquälerei für schlagzeilen gesorgt wurde davor für homophobe aussagen aus der show promis unter palmen geworfen nachdem seit 1 ein shitstorm hier hier es ist eklig wenn zwei männer sich füße das sagst du nicht markus bei allem respekt und ist auch immer viel damit beschäftigt dass der allein bei so einem format mitmachen muss bei so einem format mitmachen muss ist das zeigt doch schon wie wenig geld er wirklich hat und wie sehr er auf sowas angewiesen ist oder natürlich das ist auch promo für ihn negativ promo aber trotzdem promo aber ich glaube nicht dass es deswegen gemacht hat artikel über seine diversen strafdelikte löschen zu lassen an der stelle schau dort an just nero check auf jeden fall sein video ab ist unten drunter verlinkt da sind alle informationen dass er allerdings vier jahre im gefängnis saß fand er schon irgendwie cool denn das wurde sogar nach seinen eigenen angaben im wikipedia eintrag ergänzt da heißt es versuchte räuberische erpressung gefährliche körperverletzung zuhälterei und menschenhandel aber zumindest hat er das flat rate model club angeblich abgestoßen die ganze rotlecht branche hatte nämlich nicht nur reich gemacht sondern auch ständig irgendwelche steuerlichen probleme mit sich gemacht deshalb jetzt ja auch in dubai ansässig so viel an der stelle zum vorwort in der gruppe heißt es gleich geht es los nämlich in zwei minuten ich muss mich jetzt bereit machen und ich finde das so geil aber diese eine der einfach auf jede nachricht nur mit einem mittelfinger reagiert ihr seht jetzt nicht als hinter meiner kämpfe aber er bringt markus hat geschrieben es geht los und eine flamme und daraufhin kam einfach nur als reaktion von irgendeinem mittelfänger bin ich geil bin sehr gespannt ob ich unter den glücklichen 50 ich glaube ja ich glaube heute heute haben wir einen glückstag und das war ich in den letzten mehr als zehn jahren habe ich das wertvolle potenzial des internets für mich genutzt und in den sozialen medien wie instagram youtube facebook und tik tok eine internationale reichweite von weit mehr als zehn millionen treuen follower aufgebaut und ich habe hunderte von millionen menschen erreicht meine videos sind viral gegangen meine selbst geschaffene marke prinz markus hat sich bewährt und mir mittlerweile viele viele millionen euro eingebracht profitiere von meiner reichweite mit dem prinz business wir sehen hier fünf sterne über 1000 erfolgreiche das ist so cap so so cap teilnehmer also zumindest laut dem jpeg meine trust pilot seite oder ähnliches stecken ist das bitter ist das bitter du kannst es so viel besser faken wenn du es willst als eine jpeg datei da hochzuladen also bild dann gibt dir doch wenigstens ein bisschen mühe nicht verwende meine brand zehn millionen follower 100 virale post und 200 erfolgreiche nutzer aber wo hat er denn bitte zehn millionen follower wo wie viel hat er auf instagram haben es doch vorhin gezeigt ja in den sozialen medien wie instagram youtube facebook und tik tok ok ja gut ok facebook und der 7,1 millionen follower auf instagram das ist auch bodenlos eine internationale reichweite von weit mehr als zehn millionen treuen das ist bodenlos und ich habe hunderte von millionen menschen erreicht meine videos sind viral gegangen meine selbst geschaffene marke prinz markus hat sich bewährt und mir mittlerweile viele viele millionen euro eingebracht profitiere von meiner reichweite mit dem prinz business wir sehen hier fünf sterne über 1000 erfolgreiche teilnehmer also zumindest laut dem jpeg weil eine trust pilot seite oder ähnliches steckt nicht verwende meine brand zehn millionen follower 100 virale post und 200 erfolgreiche nutzer was ist jetzt mit den anderen 800 und hat er eigentlich wirklich diese anderen 800 sind gekauft die reichweite also über sieben millionen stammen ja von seinem instagram account aber wenn man hier die letzten reviews und auch die anzahl der kommentare so anschaut dann passt das irgendwie nicht wirklich zusammen weshalb wir mal etwas tiefer eingegangen sind und siehe da von den sieben millionen sind nur 60 prozent deutschsprachig ja aber aber man muss ja auch dazu sagen er hat viele leute aus dubai ja viele leute aus dubai das kann ich dazu sagen sonstiges 31 prozent kommen aus sonstiges okay gut zu wissen er ist trotzdem noch in anführungszeichen recht wenig obwohl er deutschsprachigen content macht zwei millionen sind tendenziell bots die zielgruppe ist männlich 25 bis 34 steht auf luxus autos finanzen und shows aber im schnitt interagieren nur 0,01 prozent dieser zielgruppe mit seinem content na egal was bekommen wir denn jetzt weiter bei dem coaching also einmal anonymität denn prinz markus sein content spricht für und eine enorme zielgruppe wie es hier heißt die das was wir bewerben auch wirklich kaufen und wir haben sogar noch viralen content der uns verfügung gestellt wisst ihr wonach das hier gerade aussieht irgendwie nach so einem andrew tate marketing of wish wer unsere videos dazu verfolgt junge geiles edit ich kann irgendwie klingt das für mich so nach dem motto ok mache werbung mit videos die er bereitstellt für prinz markus nur um dein affiliate link zu vermarkten für dieses coaching so kommt es mir rüber dadurch wächst prinz markus weil er natürlich bekannter wird weil noch mehr leute ihn reposten und alles mögliche verkauft sein coaching noch mehr und du kriegst halt keine ahnung 20 euro pro eintragung hat er weiß dass diese ganzen viralen clips von ihm auf tik tok und co ja vor allem entstanden sind weil er einfach eine sehr gute empfehlungs provision für seine damalige hassa university rausgehauen das heißt die leute haben alle fan accounts gemacht haben clips zusammengeschnitten teilweise auch aus dem kontext in ihren eigenen links zu bewerben die facebook testimonials also jannis müller chan kaya und finn schmidt konnte ich auch nicht finden und hätte ich mal nachgehakt und das impressum ist wie könnte es anders sein dubai pole position marketing im exchange tower ich würde sagen take my money kopiere mit mir zusammen in nur wenigen klicks mein komplettes geschäftsmodell und generiere durch den verkauf meiner bereits fertigen online produkte deine eigenen gewinnen ja da sehen wir es da sehen wir es es ist so 500 euro oder es ist so eine bodenlose frechheit ich sag's ja ansonsten 500 euro keine ratenzahlung und der hinweis das sind drei bis vier tagen los geht ich freue mich ich glaube das wird einfach maximaler trash sind wir mal ehrlich aber ich hab schon erwartet dass hier mehr als 500 euro hier bezahlt werden muss hallo das ist du willst ja zum echten prinz markus werden willst ja reich werden da kann man schon mal mehr als 500 euro einzahlen eine woche ist mittlerweile vergangen denn erstmals nach dem kauf gar nichts passiert obwohl der link immer wieder in die gruppe gespammt wurde und angeblich die ersten leute auch schon damit geld verdienen die nummer mit den 50 100 oder egal wie viele freie plätze ist natürlich schwach sind wir haben trotzdem die seite beobachtet die tage über und die war nicht einmal offline also die war dauerhaft on und du konntest natürlich auch die ganze zeit das produkt erwerben da gab es kein limit erst an tag vier haben wir endlich dann eine welcome mail bekommen der versehentlich die e mail adressen der anderen käufer im cc sichtbar nicht ernst nicht dein ernst wo ist es das ist ist das schlecht gemacht vor allem das ist datenschutz rechtlich auch eine ganz ganz böse nummer sage ich euch oh mein gott oh mein gott ist das dumm das ist richtig dumm waren und das war neben uns einfach neun weitere der war dann auch der link zur registrierung des accounts wo wir das erste mal in den mitgliederbereich einloggen konnten der einfach leer war erst am nächsten tag wurde dein video 1 hochgeladen welches original eine minute und zehn sekunden lang eine minute und elf ja okay das hätte ich jetzt nicht unbedingt verbessert und einfach aus stockbildern und einer kai stimme bestand ich werde euch jetzt nicht abspielen dass sich hinter einer paywall befindet und man weiß ja dass prinz markus gerne mal aber inhaltlich gab es auch gar nichts neues er und sein team wollen uns dabei helfen reichweite auf social media aufzubauen wussten wir ja schon wie wir dann zusammen monetarisieren und markus selber habe damit wohl millionen verdient wieder 24 stunden später ein neues modul social media grundlagen eine minute 51 nimmst du mir nicht übel aber wenn man so nen account oder so nen kurs verkauft warum zum fick bietest du dann nicht wirklich qualitativ hochwertigen staff an wenn ich mir sind kurs kaufe für 500 euro erwarte ich nicht hast der erste code das erste video was ich mir angeguckt ist wie erstelle ich mir einen instagram account ist mir nicht übel aber jeder der sich der wirklich damit geld verdienen will der startet nicht damit in so einem kurs der kauft sich nicht so ein kurs damit irgendwie einen instagram account erstellt natürlich ich weiß warum dies machen das ist das lässt den kurs größer aussehen weil natürlich mehr videos drin sind aber was bringt denn ein kurs mit 20 videos wo vier videos ist ich wie erstellt man einen instagram account wie stellt erstellt man einen tik tok account wie also ich finde es so bodenlos es ist so bodenlos es geht um instagram account erstellung wir sollen eine seite starten die eng mit prinz markus verknüpft ist und deshalb auch den namens generator der link unter dem video ist benutzt wo ich mich dann aus dieser liste hier für den namen digga prinz markus entschied wie vorgegeben habe ich dann auch prinz business start auf instagram gefolgt und nach einer kurzen bestätigung in follow zurück bekommen wie auch die acht anderen was also wirklich dafür spricht wenn man jetzt die leute aus dem cc nennt und auch hier die anzahl dass maximal zehn leute in einer woche dieses coaching video wisst ihr was schlimm ist es trotzdem einfach zehn leute a 500 euro 5000 euro sind einer woche muss man sich mal vorstellen bodenlos für zwei eine minute 13 lang uns wird erklärt wie unser profil auszusehen hat und was wir in die bio schreiben google drive ist unten einen link wo wir prinz markus bilder haben davon eins auswählen sollen und chat gpt wird von der ki stimme im video hier als geheimwaffe für bio texte beschrieben video ist das gleiche einfach noch mal für tik tok ja und dann war was habe ich gesagt du hast hier drei videos in diesen dings einmal account erstellung instagram einmal account erstellung instagram grundlagen zwei warum man da zwei videos draus man muss okay ist auf jeden fall ein hexenwerk und dann noch ein video account erstellung tik tok ist das ist so bodenlos erst mal für die nächsten zwei tage bis gestern beziehungsweise ein einzelnes video hinzug mit dem titel viraler content 133 lang und wir lernen wie man hashtags benutzt und wie man hier sieht ausgegraut ist folgt noch lektion drei reichweite gewinnung wo wir lernen wie man zehn millionen follower oder mehr generiert cashflow strategien und wir bekommen die komplette millionärs medien datenbank also eine sammlung von clips die wir dann überall auf diesen fern accounts hochladen also ganz ehrlich leute das ist so wie ein prank ist und wir diese 500 euro wieder bekommen dann weiß ich auch nicht es ist genau das was ich gesagt habe es ist so eine traurige scheiße die ist es einfach nur dafür da dass er fan accounts generiert und leute sogar dafür geld bezahlt haben das ist wie wenn ich sage ey ihr gibt mir jetzt einfach 500 euro und dann gebe ich euch meine videos die ich irgendwann mal vor 100 jahren gemacht habe hier meine ersten shorts die ich hochgeladen habe die gebe ich euch weil ihr mir 500 euro gegeben habt und dann könnt ihr euch ganz viele fan accounts machen könnt da diese shorts hochladen am besten alle noch in derselben reihenfolge damit es ganz realistisch ist und dann könnt ihr mich verlinken und denen sagen wenn ihr mich anschreibt und 500 euro zahlt dann kriegen sie die videos auch zum reposten dicker dann gebe ich den leuten die hier ist reposten von den 500 euro 2 20 euro oder so der gas ist jetzt also dass sowas überhaupt erlaubt ist ich sage euch ich glaube sowas ist nicht immer erlaubt aber dort in dubai da kann man wahrscheinlich nicht viel machen im kurs selbst hat sich leider nichts mehr getan so dass wir tatsächlich 500 euro bezahlt haben für sieben minuten videomaterial sieben minuten so warte wir rechnen jetzt kurz runter jetzt könnte es sein dass irgendjemand kommt ey ich kann es nicht im kopf rechnen gar kein bock 500 durch wir machen einfach mal durch sieben jede fucking minute hat 72 euro knapp 71 euro 42 gekostet jede minute die ihr geguckt habt und das schlimme ist instagram account erstellung hat euch somit achtung 72 euro gekostet ihr habt 72 euro bezahlt damit euch jemand erklärt wie ihr einen instagram account erstellt also es ist schon nicht schwer aber wenn leute wirklich damit schwierigkeiten haben dann geht auf youtube da kommt da kommt irgend einer der zeigt euch in 20 sekunden zeigt er euch wie kostenfrei wie ihr einen instagram account macht mit vielleicht sogar noch eine e mail adresse dazu das ist das ist frech das einfach nur frech hier der zweite teil instagram account der hat euch direkt doppelte fast 100 über 140 euro gekostet in denen uns eine kranke stimme erklärt wie wir einen instagram account erstellen und tiktok prinz markus hatte also die das ist recht mit dem was er hier in der gruppe schrieb denn ein normaler kurs ist das sicher nicht gewesen aber die wirkliche pointe kommt jetzt noch ich dachte ja dass es am ende wie bei tate und seiner hasser university ist dass man irgendwelche neuen kurse von prinz markus affiliated oder zumindest die alten also crypto prinz und was er sonst noch so hat aber dann kam dieses dieses video hier in die whatsapp gruppe moin ich bin chris von erfolgreich erfolgreich und ich zeige dir heute einen weg wie die schnell reichweite aufbaust indem uns dann weiter zeigt wie er mit dem von prinz business zur verfügung gestellten content reichweite aufgebaut hat und er hat recht wenn es bei dieser einen kontoverwarnung hier bleibt dann wächst er sicher damit noch ein bisschen nur woher hat er jetzt eigentlich schon die videos und was bewirbt der schlussendlich naja wir haben mal nachgefragt mit unserem digger prinz markus ak und die antwort war diese er hat es im vorfeld getestet ob alles klappt und das tut's wohl okay aber was verkauft denn nun doch nicht etwa 500 euro kurs mit den sieben doch wird er wird er und zwar für 15 prozent effiliert und wisst ihr was das passt auch perfekt warte wie viel wie viel den und zwar für 15 15 prozent okay 15 prozent wir rechnen wir rechnen 500 mal 0,15 0,15 du bekommst 75 euro wahrscheinlich sogar bekommst du nur von diesen wir haben ja gesehen wir haben ja gesehen warte wo ist er da hier war doch irgendwo die rechnung 420 euro wahrscheinlich bekommst du von dem netto preis bekommst du hier wir nehmen genau das mal 0,15 da bekommst du 63 euro und 2 cent bekommst du wenn du es verkaufst heilige mutter diesen prinz business scouted hat fragt ob ich seinen link an meinen kumpel weitergeben kann ihr wisst ja stop 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 oh wir haben zu weit gespürt sorry sieben minuten ki videos jup exakt den und zwar für 15 prozent effiliert und wisst ihr was das passt auch perfekt zu den screens die anfänglich immer wieder in die gruppe gepostet wurden hier du bekommst du bekommst sogar nur 60 euro okay oha da hat wohl einer keine ahnung aus indonesien gekauft wo man wo der preis ein bisschen höher liegt da hat er mal 65 euro 81 bekommen das ist so eine frechheit 59 bis 65 euro neuer partner geworbene provision für prinz business und da bleibt einem wirklich nicht mehr viel zu sagen denn das ist einfach nur abzocke weil der kurs ist ja komplett sinnfrei und inhaltslos weshalb es mich ehrlicherweise dann auch gar nicht mehr verwunderte dass er mich der sich ja gerade selber als mitglied von diesem prinz business scouted hat fragt ob ich sein link an meinen kumpel weitergeben kann dicker also das ist bodenlos ich finde es auch wild warum hat er eine fucking tomate in der hand warum triggert mich diese tomate in seiner hand aber auch gut wir haben hier den strong hat ihr wisst ja wir versuchen echt jedes angebot so objektiv und neutral wie möglich zu testen aber hier ist ehrlicherweise wirklich nichts positives hervorzuheben ich hoffe wir konnten etwas aufklären und ich hoffe in dem fall auch dass wir unsere 500 euro wieder bekommen das haben wir nämlich noch nie gemacht egal wie gut oder schlecht ein coaching oder kurs war aber hier werden wir es auf jeden fall versuchen und euch up to date halten lasst gerne ein abo da wann den weg komm hol dir der hol dir das geld vom reichen äh prinz marcus zurück schreibt in die kommentare was wir als nächstes testen sollen und für alle die es noch nicht getan haben schaut mal dieses video an so nice haben wir uns selber angeguckt das ist einfach also das war wirklich das respektloseste coaching was die bisher getestet haben oder was wir auch uns angeguckt haben wir haben uns ja auch andere coaching tests angeguckt das ist geisteskrank respektlos das nicht der 0 1000 5 4 0 00 2 3